Ich will Fegelein sehen! Zerwart! Wenn er sich... ...gezogen sehen! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren Medizinenforschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Ich melde, der Führer ist tot. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn, ey! Ich will Fegelein sehen! Zerwart! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Verrat! 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 Herr! Ich nehme Ihnen das Versprechen ab, alle erforderlichen Vorkehrungen für die Beseitigung meiner sterblichen Überreste zu treffen. Das ist ein schrecklicher Gefehl, aber ich will ihn ausführen.